Mit dem kann man so Rosenkücheln backen. Im heißen Fett. Die Rosenkücheln? Die heißen Fett. Und dann kann man ein Teil, dann kann man ein bisschen tun, und das ist wie weit. Hast du mal schon großzettes Fleisch? Ja! Ja! Ja, das stimmt. Da muss ich wieder besser kommen, nicht? Ja, äh... Ja, das stimmt. Ja? Ja! Dann pau provoqueizinische Limburg. Und die H fenlichen Frucht sind nur noch gar nicht, Vielen Dank. 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 Ready? Das ist ein Fischka, und das ist ein Fischka. Ah, voilà! Beautiful! Boah! Boah, boah, boah! Wow! It's brand? Okay! Oh, okay! So, okay! Well, good! Now, it's finished! Very good! I got to it as a present and you get it! Now, we're finished! Oh, Florentina. Tady jsou sami dvě tady. Není kdo nám nepomáhá, myslím, tíky nerozdu. Takže tohle, kdo nám nepomáhá. Kdo nám nepomáhá dvě? Takže tohle. Takže tohle. Takže tohle. Takže tohle. Vielen Dank.